Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jiggy Boink, das ist Resident Evil 7. Selbe Einstellung und wir fangen sofort wieder an. Okay, dann bleibe ich bei dir. Was hat das denn? Hast du das gehört? Oh ja. Soll ich da jetzt als Erster rein oder was? Komm schon. Ich bin ja jetzt selbst gespoilert. André, wo bist du, Mann? Durchste Demo. Ist trotzdem verdammt gruselig. Was zur Hölle? Soll das ein verdammter Witz sein? Ja, ich geh mal runter, ne? Okay, neuer Plan. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Witzschönen. Witzschön tief! Was sehst du? Was ist?! Da steht er wieder. Also ganz ehrlich, das ist sehr, sehr gruselig. Hallo. Hallo. Boah. Wer ist der andere Typ? Boah. Was hat der da inhaliert? Mann! Ja. Ähm. Keine Ahnung, ob ich jetzt da runtergehen sollte. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich würde gerne erst oben alles erkunden. Okay, ist zu. Das ist ja dann eindeutig, dass wir nach unten gehen sollen. Schönes... Ja, okay. Ich spiele nicht rum. Ich tue es einfach. Okay. Bald wieder an Tropfen genommen. Super. Super. Astralien. Das heißt, wir kommen auch wieder nicht zurück. Verdammt. Oh. Einsame Spitze. Kann auch mal wieder aufgeräumt werden, ne? Muss ich da jetzt auch mal in den Mund reinschieben? Was ist denn das? Okay, Blut. Rost. Eine Suppe. Sowas finde ich auch mal unfassbar gruselig, weil, äh, was lauert denn hier im Wasser? Das sieht man ja nicht. Ich wollte schon sagen, hier blubbert es, aber da tropft es nur. Oder auch nicht. Äh... 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 Hallo, Freund. Was haben wir hier? Eine Sammlung? Mhm, mhm, mhm. Schön. Ich bin ganz schön nass. Jetzt ist das hier der Monster-Kennarm. Monster incoming. Hallo. Ich lass mal offen. Vielleicht muss ich fliehen. Okay. Ich geh' wieder. Ich geh' wieder. Ich bin leicht panisch. Och, wie süß. Spritzen im Klo. Scheiße, E-Mail, Führerschein, Kassette, hilft nicht. Vor allem reagiert sie auch nicht, oder wer auch immer das ist, auf meine Rufen. Was ist das, sind, keine Ahnung, steht da drauf. Namen, tot, okay, turned, was heißt turned, ein Zombie, tot, tot, L, dead, turned, zurück. Alles klar, das Ding brauchen wir. Frage ist, wo geht's hier lang, egal. Wichtig ist, das Ding hier aufzumachen. Pfff, machen wir's mal auf. Hallo, bist du's? Mia? Mia? Mia, Gott sei Dank hab ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Warum nicht? Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Oh, entweder Herr Wirks. Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was, was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy kommt. Wir müssen gehen. Jetzt! Wer ist Daddy? Verdammt nochmal, wer ist Daddy? Daddy. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Okay, also wir haben die Effekte jetzt nicht auf höchste Stufe, weil meine Grafikkarte ist jetzt nicht die allerneueste, aber was wir jetzt hier sehr schön sehen, ja, ich unterbreche das Spiel, aber das muss ich loswerden, ist, dass das grafisch schon sehr geil aussieht. Also die Charaktere, das ist echt der Hammer. Ich werde es mal versuchen, testweise ohne Video, wie es aussieht, wenn wir mal alles hoch drehen, ob das mit der Karte geht. Läuft ihr jetzt sehr flüssig und vielleicht können wir da noch ein bisschen was rausholen. Vielleicht mal auf sehr hoch probieren, weil das sieht schon fantastisch aus und ja, mal gucken. Aber schaut es euch an, das ist echt der Hammer, oder? Süße, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Wahnsinn. Sieht super aus. Drei Jahre. Wer ist Daddy? Deswegen Monster. Bitte. Okay. Was, was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Sehr vernünftig, das Mädchen. Ich glaube, es ist hier lang. Wer ist da? Daddy oder was? Mein Gott. Ach du Scheiße. Hier liegt... Was ist das? Wir klumpen. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Muss das hier sein. Wir müssen hier entlang. Äh, Endstation. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Ja. Warum rennt die jetzt weg? Ach, da ist sie. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Was? Ich kenne diesen Raum. Okay. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg! Sie ist weg! Wie sie ist weg. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Mit Daddy zusammen. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Alles klar. Setz du dich mal hier hin. Schlaf eine Runde. Soll ich mich umschauen? Oder was ist los? Hallo? Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Natürlich. hier liegen Puppen. Nein! Nein! Stopp in Ruhe! Mia! Scheiße! E... 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 E minus 00. Ausrufezeichen. Ja, da war doch eine Tür, ne? Also jeder andere wird natürlich jetzt schnell und panisch hinterherrennen. Aber wir sind schlauer und gucken uns doch noch erstmal hier um. Vielleicht, aber hier liegt echt nichts. Hi! Ich komme zum Besuch Daddy. It's raining. Das sieht auch geil aus, oder? Na, also es ist nicht Pity. Nö. Aber... Schon geil. Hallo? Notruf? Hm. Karte des Gästehauses. Aha! Endlich haben wir eine Karte. Wache, Zelle, Operationssaal. Abstellraum. Abstellraum. Brunnen wir mal Bad. Gehe... Cool. Also der Geheimgang ist auf der Karte verzeichnet. Ich denke mal, das Ausrufezeichen ist da, wo wir hin müssen, ne? Gehe zu. Boah, Gott sei Dank. Erste Hilfe Arznei. Noch mehr davon. Wenn wir etwas brauchen, ist dann Erste Hilfe. Ja, bitte. Wer klopft denn hier? Du? Oder hier? Ich denke mal eben. Könnte hier sein. So. Äh... Hier geht's nicht weiter. Es sind irgendwo... Laufzeichen. Okay, ähm... Ich öffne die Tür. Komm das von da? Wir kommen hier nicht weiter, oder? Also auf die Art und Weise kommen wir hier nicht weiter. Hier ist ja alles zu. Richtig? Richtig. Also können wir ja nur zurück. Wir werden nichts übersehen. Richtig? Okay. Ich brauche immer eure Zustimmung. Hört ihr dieses Atmen? Ach du Scheiße. Mia? Uh... Unschön. Ach zur Hölle. Oh! Linke Mausasse. Ja? Was? Warte! Oh... Warte! Ah! 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 Ich kann sie hören. Okay, sie ist wieder normal. Heilige Scheiße. Also auf jeden Fall nicht mehr mein Girlfriend. Tja, ich lasse die mal hier liegen. Wo ist das Messer? Ist nicht lustig. Sind denn eigentlich, wenn da oben das Symbol erscheint, ist das dann Speichern? Oder muss ich an diese Punkte gehen? Ja gut, das mit ihr hat sich jetzt wohl erledigt erstmal, oder? Ach ne doch nicht. Oh! Och ne! Ja, ich geh. Nax! Okay, die ist wohl... Ja! Au! Ach du! Oh! Mia! Ey, wie hart muss das sein? Der trifft sie nach drei Jahren wieder und sie verwandelt sich in dieses Ding. Und jetzt klingelt da das Telefon. Ja, ich geh ja gleich dran. Moment. Eben alles absuchen hier. Ich war beschäftigt. Ich war beschäftigt. Ich war beschäftigt. Ja, hallo! Du wirst echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh da hin. Jetzt! Jetzt hat sich eine Tür geöffnet. Wahrscheinlich die, der dort hinten. F. Axt. Mitnehmen. Und Mia ist weg. Shit. Keine Ahnung, wo sie ist. Ich geh jetzt erstmal nach oben. Abspeichern. So, liebe Freunde. Das war natürlich schon ein bisschen actionreicher. Puh. Aber ich glaube, der speichert auch so zwischendurch. Ich habe mich jetzt vor meinem eigenen Schatten erschreckt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe die Hosen voll. Und freue mich auf die nächste Folge. Wünsche euch bis dahin eine gute Nacht und einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 1